Wo sind wir? Wie sind wir hier gelandet? Benehmt euch! Willkommen bei der einfarbigen Challenge! Um zu gewinnen, müsst ihr euch in euer Element verwandeln. Ich entscheide, wer welches Element bekommt. Oh, nein, nein, nein! Du! Wasser! Du bist die Nächste! Ich hab Angst! Erde? Ich bekomme Luft! Warum? Ich hasse Feuer! Die einfarbige Challenge startet gleich! Eins, zwei, drei, vier! Schauen wir es uns an! Was hab ich bekommen? Unnütziger Schrott! Was ist das? Ich glaub, das könnte ich verwenden. Was? Noch mehr Stoff? Und was mach ich damit? Strickgarn! Ich liebe Stricken! Erledigt! Das scheint mir aber nicht zu passen! Macht aber nichts! Ich muss es nur ein bisschen dehnen! Dann... Ich hab an einem warmen Pullover! Juhu! Juhu! Coole Stoffstücke! Wie wär's, wenn ich daraus ein Kleid nähe? Hört sich super an! So, fertig! Fast wie angegossen! Ich weiß, wie ich die Aufgabe von dem anderen erledigen kann! Eine Nähmaschine wird mir helfen! Das Kleid ist fertig! Und was ist denn meinem Karton? Was ist das denn? Das geht nicht! Und jetzt ist es auch noch verbrannt! Der Knopf! Was? Ihr Lieben, schenkt mir viele, viele Likes! Damit ich ein anständiges Outfit in die Finger krieg! Danke! Es hat geklappt! Was ist passiert? Wir müssen uns beeilen! Und? Ich hab gewonnen! Loser! Die nervt! Ein Schminkwettbewerb? Unsere Zeit beginnt jetzt! Wir fangen mit der Grundierung an! Eine schöne Konturierung schadet nie! Das Wichtigste ist, alles gut zu verteilen! Ich pudere meine Nase! Und ich beginne mit den Augen! Je mehr grün, desto besser! Fertig! Fabelhaft! Langsam! Genug Grün! Zeit, Sommersprossen hinzuzufügen! Und Blumen! Ich füge ein Haar von luftigem Weiß hinzu! Wupp! Ich brauch mehr Feuer! Genau so! Toll! Erledigt! Oh, stimmt! Die Kontaktlinsen! Der Glam ist fertig! Wasser! Feuer! Erde! Luft! Und was mach ich mit meinen Haaren? Oh, ich weiß! Ich brauch blaues Färbemittel! Ich mische es gut und sabbere blaue Strähnen! Das dauert ja ewig! So, fertig! Ich mag es! So süß! Ich werd meine Kräfte einsetzen! Ich werde Lockenwickler aus Erde machen! Und sabre schöne Locken! Erdmagie! Arbeite! Ja, es hat geklatscht! Zeit für das Styling! Was soll's! Ich kann auch eine schöne Frisur machen! Geh ab! Ich hab alles nur noch schlimmer gemacht! Perfekt! Ein Föhn? Ich schalte ihn ein! Zu stark! Irgendwas ist schief gelaufen! Ich färbe meine Haare schnell rosa! Ich bin die Einzige, die hier nicht weiterkommt! Ich hab keine Chance! Süß! Knöpfe! Das sind die Knöpfe! Und was machen wir jetzt mit den ganzen Vorräten? Wir brauchen Ohrringe! Für jedes Element gibt es etwas Schönes! Blätter für mich! Ich liebe Federn! Wie fügt man das zusammen? Fertig! Lian-Ohrringe sind eine Augenweide! Ich muss einfach gewinnen! Geschafft! Hab ich schon gewonnen? Lasst uns das Ergebnis sehen! Toll! Ich muss gewinnen! Es hat geklappt! Du hast verloren! Ups! Hey, was soll denn das? Was ist nur los mit mir? Ich bin wieder ein Nerd! Wir werden nie Freunde haben! Ich hasse diese Jungs! All diese Elemente sind komplett erfunden und mit Photoshop bearbeitet! So werden wir nie aussehen! Halt, warte! Das ist genial! Wir können auch so hübsch sein! Du wirst schon sehen! Roxy! Von mir aus? Hört sich super an! Dann lasst uns mit dem Makeover anfangen! Ja? Ja! An die Arbeit! Ich hab' aber kein Make-up! Nein! Euer Make-up wird mir auch nicht helfen! Ich hab' total viele Pickel! Ich hab' ne super Idee! Ich seh' keine Pickel mehr! Ich benutze Reinigungsschau! Eine sanfte Pflege! Hm! Und ich drück's sie aus! Und ich benutze unsichtbare Pflaster! Ah! Huh! Das dauert etwas! Der Pickel wird zusammen mit dem Pflaster verschwinden! Mir wird dein natürliches Mütter helfen! Aloe-Saft! Schneide das Blatt auf! Und entfern das Fruchtfleisch! Ich trage den Saft auf mein Gesicht auf! Sieh mal! Aloe-Gil! Das ist so altmodisch! Hey, alte Lady! Hm! Was? Wenigstens ist es natürlich! Seht mal! Pickel sind weg! Ein Gesichtspeeling ist auch super wichtig! Gesichtspeeling ist meine natürliche Waffe! Weich und glatt! Weich und glatt! Alles nur nicht das! Für deinen Schwarm! Komm schon! Tu es! Gut! Ich schaff' das! Augen-Pads für frische Augen! Pads für einen zärtlichen Kuss! Es wird Zeit, Tschüss zu deinem überflüssigen Augenbrauen zu sagen! Ich bin zu ängstlich! Schau mal! Da sind sie! Und mein Concealer wird meine Schatten verdecken! Hey, nicht gucken! Gesichtspuder ist so leicht wie Luft! Wir werden gleich richtig strahlen! Und die Lippen! Das Make-up ist fast fertig! Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Farbe! Mädels, seid ihr bereit? Oh nein! Nur noch eine Sekunde! Ich greif' auf Magie zurück! Ich bin auch bereit! Was ist mit unseren Klamotten? Wir müssen uns sofort darum kümmern! Mädels! Sucht eure Outfits aus! Nichts ist gut genug! Ich hab' nichts zum Anziehen! Ich hab' ne Idee! Dieses Outfit könnte ich im Ofen aufwärmen! Das ist so heiß und stylisch! Oh nein! Ein Fleck! Den muss ich rauskriegen! Na schön! Hier ist mein Zauberwaschmittel! Oh! Was ist denn mit meinen Sachen passiert? Wow! Wow! Jetzt seh' ich aus wie ein Wasserfall! Nein! Nein! Mir gefällt nichts davon! Warum hab' ich nicht die richtigen Klamotten? Wow! Das ist wirklich gut! Jeder hat schon ein Outfit! Nur ich nicht! Nicht Weinerde! Hier sind deine Lieblingsblumen! Du bist so hübsch! Was? Wow! Waldzauber! Es hat geklappt! Mädels! Schaut mal! Wir haben es geschafft! Unser Makeover war ein Erfolg! Elemente! Seid ihr bereit, jeden zu beeindrucken? Wow! Die sind aber cool! Ich will so sein wie sie! Warte! Was für ein toller Look! Hey Mädels! Habt ihr Lust auf ein Date? Auf ein Date schon! Aber nicht mit euch! Es ist Badezeit! Nicht so schnell! Ich werd zuerst gehen! Wasser? Sorry! Aber ich werd die Erste sein! Ich war schon vor dir hier! Ich bin diejenige, die jetzt ins Bad geht! Das werden wir ja sehen! Ups! Wo sind wir? Ich wollte doch nur baden! Ah! Was ist passiert? Ist das ein Vulkan? Sehr gut, Feuer! Das ist mein vulkanisches Lavabad! Hände weg! Ihr verbrennt euch noch! Ich muss mir auch etwas Besonderes für mich einfallen lassen! Stimmt! Eine Wolkenbadewanne! Klingt cool! Luft! Dein Bad ist unglaublich! Wir brauchen auch unsere eigenen Elementbäder! Diese Steine werden meine Badewanne verzieren! Warum sind sie so schwer? Und wenn ich Feuerzauber benutze? Eins, zwei, drei! Je mehr Steine, desto besser! Und kleine Flammen! Ich kann sogar in einem Steinherz eine Flamme machen! Jetzt kann ich ein Bad nehmen! Hier ist noch eine Flamme! An die Arbeit! Oh ja! Sehr schön! Das Handtuch kann hier hin! Wow! Das ist ja noch besser! Ein Selfie zur Erinnerung! Mein Bad wird hier sein! Elementarkraft! Hilf mir! Wow! So schön! Ich muss ein Loch machen! Du solltest dir vielleicht deine Axt besorgen! Wow! Es hat geklappt! Gib mir fünf! Jetzt bin ich dran! Mach dir Erde! Hilf mir! Es hat nicht geklappt! Und nochmal! Nee! Als nächstes hab ich selbst eine Badewanne aus! Was hat sie vor? Ich pflanze einen Samen! Wasser, kannst du mir helfen? Na schön! Danke! Oh ja! Geschafft! Mein Bad ist fertig! Wow! So süß! Was macht Erde da? Wenn du mit deinem Bad fertig bist, musst du dich trocknen! Und was macht Luft? Dieses Handtuch ist super weich! Ich hab auch ein Handtuch! Ich hatte eins! Wie soll ich denn jetzt trocken werden? Ich weiß! Ich hab ein Fünf! Wow! Jetzt ist der noch niedlicher! So süß! Überall sind Blumen! Ich werde jede Wand mit Blumen verziehen! Das Bad ist total süß! Jetzt bin ich dran! Ich fang mit meinen Wimpern an! Nein! So geht das nicht! Ich brauch einen Spiegel! Ja! Jetzt kann ich mich schminken! Mach Platz! Ich muss mich auch schminken! Dieser Spiegel gehört mir! Lass mich in Ruhe! Ich bin dran! Was war das? Kannst du mir auch helfen, mein Handtuch zu trocknen? Klar! Kein Problem! Oh, danke! Du bist so nett! Das Problem ist, dass wir die Handtücher nirgendwo aufhängen können! Ich hab ne Idee! Ein Aufhänger für alle Elemente! Da ist auch noch Platz für ein Feuerfön! Eine eigene Badewanne zu haben, ist unglaublich! Du hast recht! Seid ihr noch da? Macht das Bad frei! Andere wollen auch baden! Ups! Gut! Wir gehen! Ich hab eine Karte gefunden! Kommt mit! Wir müssen in diese Richtung gehen! Nein, da geht's lang! Nein, wir gehen geradeaus! Wir sind da! Wow! Und wie geht's jetzt weiter? Lasst uns unsere Magie einsetzen! Elementkraft! Hilf uns! Mach auf! Wahnsinn! Das sind Edelsteine! Warte! Jeder bekommt einen! Ein Smaragd für mich! Hier! Ich hab eine neue Kraft! Das ist unglaublich! Ich bin dran! Ein Diamant für dich! Ich will meine Kraft testen! Oh wow! Ich will auch rein! Du bekommst dein Safir! Feuer! Was ist mit dir? Mein Rubin hat sich in Kohle verwandelt! Teste deine neue Superkraft! Ich versuch's mal! Ups! Ah, ist das heiß! Wir müssen rausfinden, was mit deiner Magie los ist! Ich will nicht! Der Arzt wird dich untersuchen! Mal sehen! Wir müssen nur noch warten! Das wollte ich nicht! Raus hier! Das nächste Mal rufe ich die Polizei! Das war ein Unfall! Meine Magie! Keine Sorge! Ist schon okay! Noch ein paar Blätter! Dann bin ich fertig! Ich liebe Schaukeln! Oh! Eine Schaukel! Erde! Jetzt bin ich dran! Wow! Das macht Spaß! Schöne Schaukel! Darf ich auch mal? Klar! Wow! Es ist so luftig! Oh! Lass mich auch mal schaukeln! Wie nett von dir! Ah! Ist das heiß! Lass uns das nehmen! Das ist besser! Wir nehmen einfach alles! Hi! Wir nehmen das! Das und das! Bauderme Karte! Ich hab Edelsteine! Das sollte reichen! Wow! Ich bin reich! Danke! Schönen Tag noch! Edelsteinnädchen! Ihr bekommt bald Besuch von mir! Hier sind sie! Eine reicht mir, um reich zu werden! Wer ist da? Ich bin's! Ihr könnt sie zurückhaben! Sie hat mein halbes Haus verbrannt! Stimmt das? Ich hab's nicht mit Absicht getan! Ich will ein Experiment machen! Ich lege ein Zmaragd ins Wasser! Tada! Mein exklusives Getränk ist fertig! Ich werd's auch versuchen! Es hat geklappt! Ich bin dran! Ich gebe ein Rubin ins Wasser! Ja! Luft! Was ist mit deinem Edelstein? Ich hab einen Diamanten! Mal sehen, was passiert! Nichts! Es ist nur Wasser! Wer ist da? Das Getränk gehört jetzt mir! Ich werd's versuchen! Ich werd's auch versuchen! Sieht lecker aus! Mein Rubin! Mein Getränk! Wo ist es? Wer hat mein Getränk getrunken? Keine Ahnung! Luft! Lächel doch mal! Nee! Moment! Gut! Das war's du! Wenn das so ist, nehm ich dein Getränk! Das ist fair! Ich glaub, ich hab alles richtig angeschlossen! Wasser! Me? Okay! Könntest du ein Foto von mir mit der neuen Dusche machen? Klar! Lächeln! Wow! Das ist echt cool! Das ist aber süß! So ein Fotoshooting würde ich ja auch gerne machen! Zieh dich einfach um! Schau in die Kamera! Und lächeln! Sehr schön! Erde ist als nächstes dran! Super! Feuer! Sehr schön! Das Fotoshooting war etwas Besonderes! Seht mal! Wir sind nicht von dieser Welt! Eine neue Kraft ist so nützlich! beeilt euch! Damit wir nichts verpassen! Vier Edelsteine werden gesucht! Was machen wir? Was man mit diesen Federn alles anstellen kann? Jemand ist auf der Suche nach unseren Edelsteinen! Wir müssen sie zurückgeben! Das ist keine gute Idee! Okay! Klopf! Klopf! Mach auf! Wer ist da? Hey! Wir haben die Edelsteine mitgebracht! Wow! Ich bin euch etwas schuldig! Und was kommt jetzt? Das ist für euch! Passt auf euch auf! Edelsteine! Und was machen wir jetzt? Mach auf! Wow! Wow! So viel Geld! Ich glaube, das können wir eines Tages gebrauchen! Feuer! Teste jetzt deine Magie! Sicher! Feuerkraft! Ja! Wir sind wieder normal! Unsere magischen Kräfte sind wieder in Ordnung! Und wir sind alle zusammen! Das ist so schön! Die Elemente sind vereint! Ich muss jetzt schlafen gehen! Ich auch! Träumt süß! Seht mal! Was ist das für ein glänzendes Ding? Wow! Es ist ein Portal! Stopp! Durch irgendein Portal zu gehen, ist eine schlechte Idee! Wie cool! Warte! Ich komme mit! Nach rechts, Dakota! Super! Ich habe sie abgehängt! Komm mit, Daphne! Wow! Ein magisches Portal! Hier ist es aber nicht gerade gemütlich! Das ist unser Geheimzimmer! Das Portal ist weg! Oh nein! Wie kommen wir jetzt zurück? Was ist mit Ashley los? Geht es ihr gut? Sie blüht auf! Schaut euch diese Wand an! Sie ist so schön! Blumen für alle! Du blühst auf! Fasst meine Nadeln nicht an! Mädels! Ich glaube, ich habe eine neue Kraft! Seht mal, was ich kann! Wow! Cool, Ashley! Wie hast du das gemacht? Schaut zu! Flower Power! Wow! Ein rosa Stuhl! Der ist aber schön! Oh ja! Das ist mein Blumenthron! Nein, nein, nein! Autsch! Der gehört nur mir! Warum bist du so gemein? Das ist meine Ecke! Okay, dann bleibe ich eben hier! Diese Wand braucht eine neue Farbe! Okay, Farbroller! Los geht's! Das wird so schön werden! Hallo, meine Kleinfreunde! Meine Wand ist wie eine Wiese im Wald! Schaut euch meine Wüste an! Das ist der perfekte Platz für Kakteen! Ich habe eine Idee! Hilf mir, grüner Kumpel! Überall ist Gras! Wunderschön! Interessant! Was ist das? Wahnsinn! Mein erster Kaktus! Wow, Ashley! Meine süße, kleine Blume! Oh, sie ist so einsam an dieser Wand! Daphne! Kann ich mir deine Sprühflasche ausleihen? Ich brauche mehr Feuchtigkeit! Jetzt wachsen sie! Hallo, Reben! Das ist so ein schöner Garten! Oh, wie schön! Ich will meine Wüste auch verzieren! Kakuschrauber? Prima! Hammer? Echt jetzt? Warum funktioniert meine Magie nicht? Okay, gut! Dann werde ich mich selbst drum kümmern! Geschafft! Jetzt ist das Gerüst stabil! Aber es fehlt noch etwas! Daphne, könntest du mir etwas Grünzeug geben? Bitte! Klar! Hier! Danke! Wow, es ist so grün! Kriege ich auch ein Stück Holz? Ah! Na schön, hier! Warte! Es funktioniert nicht! Du brauchst mehr Holz! Hier, bitte! Super, danke! Bauen ist so einfach! Ich habe ein unglaubliches Haus gebaut! Aber irgendetwas fehlt noch! Hm! Klar! Ich brauche einen Apfelbaum! Hier ist ein Apfelkern! Wahnsinn! Ich wollte schon immer ein Baumhaus haben! Aber wie komme ich da hoch? Blumen! Blumen für alle! Echt jetzt? Sie übertreibt ganz schön! Flowerboom! Blumen! Verschwinde, Flower Power! Blumen! Hör auf damit! Ich halte das nicht aus! Ich muss mich vor diesem verrückten Blumenmädchen schützen! Da ist dein Zaun! Siehst du ihn? Das ist mein Gebiet! Okay, wie du meinst! Hä? Oh ja! Genau das brauche ich! Ah! Psst, das darf keiner sehen! Hi! Du! Warum bist du schon wieder hier? Wo ist mein Zaun? Der ist jetzt eine Leiter! Diese verrückte Blume greift mich an! Psst, seht mal! Wow! Meine neuen Lieblings-Köck-Teen! Danke, Daphne! Ich vergebe dir! Und ich werde in den Blumen verschwinden! Mein Kaktusgarten ist hier! Aber jetzt brauche ich eine Sonne! Ich habe eine Idee! Rauf mit dir! Und strahle! Jetzt ist es so warm! Es ist zu warm! Es ist so heiß wie in der Sahara! Dakota! Es ist zu warm! Die Sonne blendet so! Hm... Ich habe eine Idee! Meine ganz eigene, süße, kleine Lampe! Ich wette, ihr seid grün von alt! Ich muss mein kleines Haus verkabeln! Oh, das ist unglaublich! Ashley, sieh dir meine Beleuchtung an! Was kann ich noch machen? Blumenstimmung! Blumenstimmung! Ashley, kann ich mir dein Schleier ausleihen? Wow! Jetzt ist es gemütlich! Mein Kopf! Daphne! Sorry, Ashley! Diese Wüste ist so öde! Ich kann es mir nirgendwo bequem machen! Oh, Mann! Oh! Armer Kaktus! Daphne, wir sollten ihr helfen! Oh ja! Wir werden unsere Magie einsetzen! Hier ist ein weicher Sitzsack! Macht ihr gemütlich! Danke, Mädels! Ihr seid die Besten! Oh! Du hast dich so gefreut, dass du aufgeblüht bist! Ja? Danke! Wow! Was ist das? Freude! Du bist mein Engel! Schatz! Was? Ich komme mit der Kamera nicht klar! Zeig mal her! Was ist mit mir? Hey! Beweg dich! Ich bin dran! Oh, Schätzchen! Nicht weinen! Wir sind da! Dad ist bei dir! Gut gemacht! Danke! Du bist immer willkommen! Komm mal! Ich werde ein Foto machen! Lächeln, meine Prinzessin! Glückwunsch! Du bist unser Champion, Wiley! Habt ihr gesehen, wie ich das toll geschossen habe? Ja, Kleine! Du warst großartig! Alles ist so cool! Also, Schau sie dir an, Dad! Sie hält sich für ein Champion! Ja, das bin ich auch! Ich hab eine Medaille! Nur eine? Loser! Zeig sie, Schätzchen! Ich hab vier Medaillen! Willst du gegen einen echten Champion kämpfen? Sollen wir spielen? Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung! Dad! Sollen wir spielen? Das ist komisch! Lass es uns versuchen! Ich will aber nicht! Schatz, komm schon! Mach mit! Gut, bin dabei! Okay! Ich bin soweit! Du wirst verlieren! Au! Dad! Eine Loser-Familie! Nochmal! Okay! Ups! Mir ist langweilig! Okay! Diesmal werde ich ihn halten! Gib auf, Loser! Das war's! Das war's! Was ist das? Jetzt kommt Mut! Au! Dad! Mein Zahn! Komm schon! Dieses Mädchen ist verrückt! Das werd ich mit euch einmachen! Jetzt können wir feiern! Wir haben sie besiegt! Dad! Riley! Oh nein! Mit dieser Erinnerung stimmt etwas nicht! Leute, lasst bitte ein Like da! Repariert bitte diesen Ball! Was ist die richtige Antwort? Was? Mom? Was ist los? Oh! Komm mal! Ich komme! Hilf mir! Warte! So! Alles wieder in Ordnung! Danke! Gerne geschehen! Lass uns mal sehen! Was ist da los? Schatz! Keine Sorge! Okay, Riley! Deine Mom ist schwanger! Du bekommst eine kleine Schwester! Was? Was? Aber warum? Das ist so schön! Wir müssen ins Krankenhaus! Mom? Dad? Cool! Was sollen wir tun? Keine Ahnung! Wow! Ich weiß! In jeder verwirrenden Situation gehst du einfach ins Bett! Es ist morgen! Zeit zum Aufstehen! Guten Morgen, Koma! Hi! Wem gehört dieser Koffer? Bin ich zu spät? Hey! Oh! Wo soll ich stehen? Wohin soll ich gehen? Hierhin? Wer ist das denn? Keine Ahnung! Verstehe! Wie viele Knöpfe? Wo soll ich meine Sachen hinstellen? Und wer bist du? Äh! Hi! Ich bin Zweifel! Schön, euch kennenzulernen! Umarmung! Oh! Was ist das? Ein Kinderbett? Riley! Komm her! Setz dich zu uns! Das ist deine Schwester! Möchtest du sie halten? Trau dich! Oh nein! Bitte nicht! Oh Gott! Ich dreh durch! Was für ein Albtraum! Was hat das zu bedeuten? Riley! Was ist denn mit dir los? Oh nein! Was? Ich hab keine Ahnung! Riley! Bist du okay? Mach dir keine Sorgen! Schalten wir Freude ein! Oh! Sie ist so süß! Ihr werdet die besten Schwestern der Welt sein! Riley! Du bist die Beste! Ich bin froh, dass du... Oh! Es ist Zeit für dich zur Schule zu gehen! Das ist die Schulkönigin! Oh! Cool! Wir können uns mit ihr anfreunden! Sie ist der Wahnsinn! Hey! Was ist denn mit dir los? Kennst du sie? Das werde ich jetzt herausfinden! Oh Gott! Oh je! Sie kommt auf uns zu! Nein! Was machst du da? Warum? Sie kommt her! Was soll ich tun? Was machst du denn da? Wir müssen alles in Ordnung bringen! Hey! Äh! Oh! Mein Tagebuch! Wow! Was hast du da? Darf ich mal sehen? Nein! 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 Ich hab nur... verschiedene Outfits anprobiert! Ist schon okay! Die Königin findet es toll! Oh! Süß! Und was ist das? Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Oh! Ist das peinlich! Das... Äh... Herzawild! Das ist nur ein Traum! Du willst die Königin sein? Das wird nicht funktionieren, Loser! Oh! Ist das peinlich! Peinlich! Hey! Warte! Das war schrecklich! Dad! Schätzchen! Was ist passiert? Heute in der Pause! Die Königin! Ich war total nervös! Sie hat mein Tagebuch gesehen! Mein armes Baby! Ich kann sie nicht beruhigen! Ich seh schon! Ihr habt jetzt eine neue Tochter! Was? Baby, nicht weinen! Sie lieben mich nicht mehr! Oh, Mom! Dad! Ich vermisse diese Zeit! Wir hatten so viel Spaß zusammen! Oh! Was für eine schöne Erinnerung! Riley muss einsehen, was sie getan hat! Es hat funktioniert! Das reicht! Jetzt bin ich dran! Was echt? Lass das lieber sein! Ich schäme mich so für mein schlechtes Benehmen gegenüber meinen Eltern! Geh dann ins Bett! Und du! Oh Gott! Ich hab Angst! Raus hier! Du entscheidest hier gar nichts mehr! Es ist Zeit, dass wir ins Bett gehen! Wir müssen ihn auf unsere Seite locken! Hey, komm her! Ich? Okay, ich komme! Hör zu! Wir haben einen Plan! Ja! Bin dabei! Sehr gut! Guten Morgen! Heute ist ein großartiger Tag für Night! Hey Leute! Was gibt's? Komm schon peinlich! Okay! Guten Morgen! Hier ist dein Frühstück! Guten Appetit! Schon wieder Müsli! Was hast du vergessen? Oh, mein Löffel! Oh! Was? Wer war das? Puh! Er ist voller Haare! Eklig! Ich muss ihn abwaschen! Noch einmal! Noch einmal! Oh! Ich hasse es, wenn Löffel das tun! Was ist denn los? Ausgezeichnet! Oh! Ich bin so nervös! Und mein Fuß! Oh nein! Was sollen wir tun? Toll! Es muss einen Ausweg geben! Was habt ihr getan? Weg da! Nein, nicht! Es wird nur noch schlimmer! Raus hier! Ups! Verstehe ich schon! Geh zum Bedienfeld! Das war's! Was ist los? Oh nein! Er wird uns alle vernichten! Spürt die Kraft meiner Wut! Was für ein Albtraum! Schätzchen? Bist du okay? Atme gut! Atme! Komm erst mal wieder runter! Es ist so traurig! Also Emotionen! Das ist unsere neue Regel! Die Fernbedienung wird nicht mehr von einer Emotion kontrolliert! Okay! Wie du meinst! Jetzt werden wir alle zusammenarbeiten! Wie ein Team! Seid ihr dabei? Klingt gut! Dann lasst uns anfangen! Ist es schon morgen? Wie spät ist es? Sei ruhig, Wecker! Was? Hab ich heute eine Prüfung? Oh nein! Wie konnte ich das nur vergessen? Oh! Das ist gar nicht gut! Schalt dir die Angst ein! Was soll ich jetzt tun? Ich bin so nervös! Wir werden das schon hinkriegen! Zusammen! Warum hab ich nicht früher gelernt? Okay! Ich werde heute so viel lernen, wie ich kann! Toll, Leute! Gute Kombination! Ich hab eine Eins plus! Mom! Dad! Sie sind wieder bei ihr! Hey! Es ist nur Weile her! Unser Schatz! Ich helf dir, Neid! Schau mal, was ich für dich habe, Sis! Ich hab eine Eins plus in meinem Test bekommen! Wow, Riley! Du bist ein Genie! Unglaublich! Wir sind ein tolles Team! Leute! Wir sind super! Wir sind ein Dream Team! Na, ist es Zeit, dass Riley ins Bett geht? Ja, los geht's! Und wir werden ihre Träume beobachten! Wir haben deine hässliche Zeichnung zerrissen! Was soll ich dann für meine Kunstaufgabe abgeben? Gib mir den Knopf! Nein, warte! Ich werd's ihm zeigen! Na, wartet! Ich kann mich nicht mehr zurückhalten! Wisch dich damit ab! Meine Zeichnung! Lass sie ihn los! Du machst den Knopf noch kaputt! Oh nein! Was für ein Loser! Was ist das? Keine Ahnung! Oh je! Wow! Es ist Zeit, deine Emotionen rauszulassen! Wir sagen es Mom! Hey, kommt her! Was haben wir denn hier? Es ist voller DNA! Ein bisschen Magie! Das können wir vergessen! Schon viel besser! Wo sollen wir anfangen? Nur ein paar Kleinigkeiten! Ups! Sieh dir das an! Meine Augen! Ja, fertig! Gut gemacht! Ich hoffe, es fällt nicht auseinander! Was haben wir denn hier? Ich liebe Spielzeug! Darf ich das ausleihen? Ob das eine gute Idee ist? Ja, danke! Mal sehen! Hm, ist das nicht toll? Wasser gießen! Und etwas gießen! Wir brauchen viele gute Gefühle! Wow! Es hat funktioniert! Ich liebe dich jetzt schon, Haus! Angst? Ich wusste, dass das passiert! Puh! Es funktioniert nicht! Ich rette dich! Ist das schwer! Ich krieg keine Luft! Ich versuch's! Oh, ihr Lieben! Lass dein Like da! Um die Energieanzeige aufzufüllen! Weiter! Das reicht nicht! Wir brauchen mehr! Mehr Likes! Geschafft! Bin ich tot? Nein! Gib mir deine Hand! Puh! Danke, Leute! Was sind das für Geräusche? Das macht so viel Spaß! Mit den Fiesling ist jetzt Schluss! Eine VR-Brille? Komm her! Oh, schon wieder? So viele Leute haben sie schon getragen! Ekel! Sorry! Die ist total hässlich! Die sieht so echt aus! Hey, seht mal, wer da ist! Lasst uns das Haus schön weich machen! Ich brauche es auch! Her damit! Du zerreißt es! Es ist gerissen! Tut mir leid! Du hättest einfach fragen können! Es reicht für zwei! Puh! Geschafft! Textilfarbe! Und Farbe! Check! Jetzt wird es noch besser! Orange ist das neue Schwarz! Diesmal wird es auf jeden Fall klappen! Und fertig! Tada! Okay, du hast wohl keine Zeit für mich! Fertig! Bei, blöde Maschine! Das müssen wir notieren! Ich hab einen Rahmen! Ich auch! Oh, stimmt! Zähne! Dinosaurier? Das ist überhaupt nicht niedlich! Schau dir diesen Mund an! Aber was wäre, wenn sie nicht ausgestorben wären? Keine unheimlichen Gedanken mehr! Geh weg! So ist es besser! Wow! Meine Gedanken sind lebendig geworden! Eine Säge? Oh, verstehe! Ich hoffe, ich werde nicht verletzt! Okay, das war's! Die Zähne sind fertig! Perfekt! Wow! Das sieht ja toll aus! Ja, ich weiß! Und jetzt bye-bye! Wie gemein! Oh, hey Leute! Lecker! Ekelig! Dummkopf! Kleine, kannst du mir helfen? Haben die die Süßigkeiten geschmeckt? Fang! Hilfe! Ah, Moment! Danke! Ich bin ein Vampir! Oh, das passt nicht! Ich kann jonglieren! Bauen kann ich irgendwie besser! Moment! Oh, ich weiß! Eins! Zwei! Drei! Hast du wie angegossen! Hm, wir brauchen Lippen! Ich muss dich stutzen! Wo kommt dieser Lärm her? Oh, kämpfe gegen mich! Mach dich bereit! Ha! Daneben! Hört auf! Ah, mein Schwert! Zeit, meine Geheimwaffe einzusetzen! Meine Augen! Es brennt! Kommt schon! Hört auf! Gut! Was ist passiert? Hier sind ein paar Taschentücher! Oh, schon viel besser! Danke! Komm, wir setzen uns! Genau hier! Sauberkeit siegt immer! Was machen wir mit der Frisur? Denk, denk! Ich gehe einkaufen! Vielleicht Marshmallows? Hm, zu klebrig! Vielleicht Kekse? So einfach! Hey, vielleicht sind ja Pringets etwas für dich! Oh, nein, nein! Hommes? Eine extra große Portion! Äh, nein! Hm, ich weiß, was du brauchst! Mach auf! Tada! Wow! Vergiss nicht zu bezahlen! Ich habe eine Waffe in meiner Gesäßtasche! Nicht schießen! Nein! Schau! Hm, bye! Zeit für die Haare! Verdreh ein paar Drähte! Und hol dir ein Band! Schneide es in gleichmäßige Stücke zurecht! Nimm doppelseitiges Klebeband! Befestige die Stücke! Und ziehe die Pferden auf der anderen Seite heraus! Süßer Pony! Ha! Wickel ist um den Draht! Es hat geklappt! Aber wir brauchen mehr! Dieser Pferdeschwanz ist ziemlich schwer! Aber es müsste trotzdem gehen! Hey, Freude! Wie fühlst du dich? Nicht so toll! Irgendwie komisch! Hm, wir brauchen eine Bombenfrisur! Hä? Aber wie machen wir das? Oh, das ist so gruselig! Oh, runter! Puh! Uns geht's gut! Das nenne ich mal eine Bombenfrisur! War das nicht eine coole Idee? Schlag ein! Oh, peinlich! Das passiert! Nichts wie raus hier! Kämpfe gegen mich, grüner Freak! Friss meinen Staub! Heilige Gefühle! Wum! Wum! Daneben! Vorsicht, Wut! Leben kriegst du mich nicht! Ah! Nicht gegen das Glas schlagen! Man kann sich sogar an Papier schneiden! Nein! Komm hierher! Nur über meine gefühllose Leiche! Es ist Zeit, dir mein Ende zu setzen! Hey! Verschwinde sofort vom Haus!